Der Klügste Die Kartoffelsuppe steht auf dem Tisch. Nur der kleine Johann ist nicht da. Wo ist der Junge nur schon wieder? fragt die Mutter. Der Vater weiß es auch nicht. Johann ist morgens wie immer in die Schule gegangen. Aber mittags ist er nicht nach Hause gekommen. Die Zigeuner sind im Dorf, sagt Johanns kleiner Bruder. Die Zigeuner? fragt die Mutter ängstlich. Johann wollte zu ihnen gehen, erklärt ihr der Kleine. Zu den Zigeunern? Mein Sohn? Vater wird böse. Eine Stunde später steht Johann in der Küche. Die Suppe ist kalt. Ja, antwortet er auf die Frage des Vaters. Ich war bei den Zigeunern. Der große Junge sieht den Vater aus dunklen Augen an. Und was hatte mein Herr Sohn mit den Zigeunern zu tun? Ich habe mir die Chiromantik erklären lassen. Die was? Der Vater versteht ihn nicht. Die Zigeuner können aus der Hand lesen. Das wollte ich lernen. Aus der Hand lesen? Das ist eine Kunst des Teufels, sagt der Vater böse. Die Mutter denkt wie ihr Mann. Ach Junge, der Pastor hat auch gesagt. Johann lässt sie nicht ausreden. Das ist ein Dummkopf. Der ist noch dümmer als der Lehrer. Johann! Lass ihn nur, sagt der Vater. Er hat ja recht. Hier bei uns im Dorf. Er spricht nicht zu Ende. Sie wissen es ja alle. Bei ihnen im Dorf wohnen nur ein paar Bauernfamilien. Und in der Schule lernen die Kinder wenig. Lesen, schreiben und das kleine Einmaleins. Mehr weiß der Lehrer auch nicht. Abends im Bett sprechen die Eltern über Johann. Was sollen wir mit dem Jungen machen? Fragt die Mutter. Der muss in die Stadt. In eine richtige Schule. Antwortet der Vater. Ich habe meinem Bruder in Wittenberg geschrieben. Du weißt, der hat selbst keine Kinder und vielleicht kann Johann bei ihm wohnen. Zwei Wochen später kommt Post aus Wittenberg. Der Onkel freut sich auf Johann. Johann Faust geht in die Lateinschule in Wittenberg. Die Lehrer dort sind besser als der Lehrer zu Hause im Dorf. Johann lernt hier nicht nur Latein, sondern auch Griechisch, Geschichte und Philosophie. Aber er will mehr. Er will alles wissen. Er liest pausenlos. Er kauft immer mehr Bücher. Auch solche über Alchemie und über Hexerei. Der Onkel gibt ihm das Geld. So ein kluger Junge, denkt er. Er liebt ihn wie einen Sohn. Mit 16 geht Johann nach Ingolstadt. Der Onkel bezahlt ihm das Medizinstudium. Aber Johann Faust studiert dort nicht nur Medizin. Oft steht er allein im Labor. Er experimentiert. Versucht, Gold zu machen. Oft trifft man den Studenten im Gasthaus. Er ist als Junge viel allein gewesen. Jetzt sitzt er gern mit den anderen Studenten zusammen, isst und trinkt. Sie sprechen über ihr Leben und ihr Studium, über Medizin und manchmal über die andere Wissenschaft. Über das, was ihnen ihre Professoren nicht erklären. Die Macht der Magie und die Kraft des Satans. Das fasziniert sie. Aber es macht ihnen auch Angst. Mit dem Gold wird es nichts. Doch am Ende des Studiums ist Johann Faust Doktor. Und auch Experte für Alchemie. Er geht nach Wittenberg zurück. Er praktiziert dort als Arzt. Kurze Zeit später stirbt der Onkel. Er hinterlässt Johann viel Geld, ein Haus und Land. Johann arbeitet nicht mehr. Er kauft seltsame Bücher. Er studiert viel. Schwarze Magie. Abends aber hat er immer Gäste. Sie essen und trinken, lachen und singen zusammen. Über Magie und Alchemie spricht er mit ihnen nicht. Johann gibt das Geld des Onkels aus. Bald ist nicht mehr viel da. Was soll er tun? Wieder arbeiten? Dazu hat er keine Lust. Und vielleicht weiß er jetzt ein anderes Mittel. Er hat es aus seinen Büchern. Es scheint nicht schwer. Nur darf man keine Angst haben. Johann hat noch nie Angst gehabt. Als Kind nicht. Als Student auch nicht. Und jetzt ist er erwachsen. Das ist der richtige Platz, denkt er. Hier werde ich es versuchen. In der Nähe gibt es einen Wald. Dort geht Faust jetzt hin und legt sich unter die Büsche. Erst als es dunkel geworden ist und kein Mensch mehr zu sehen ist, steht er auf und geht zu der Wegkreuzung zurück. Der Mond scheint. Faust zeichnet einen Kreis in den Sand. Dann noch zwei kleinere Kreise daneben. Er stellt sich in den großen Kreis und spricht langsam die Worte. Dann sagt er es ein zweites Mal. Beim dritten Mal spricht er sehr langsam. Nichts. Faust wartet. Er sieht in die Dunkelheit. Soll er nach Hause gehen? Da! Woher kommt der heiße Wind? Plötzlich fliegt ein Feuerkreis auf ihn zu. Jetzt bekommt er doch Angst. Soll er weglaufen? Das, hat er gelesen, ist der sichere Tod. Ich muss stehen bleiben. Faust steht in seinem Kreis. Um ihn herum Feuer. Er kann nicht sehen. Dann wird es wieder dunkel. Eine Kutsche kommt sehr schnell angefahren. Wer sitzt auf der Kutsche? Faust kann ihn nicht sehen. Oder doch? Zwei rote Augen im Dunkeln. Was willst du von mir, Johann Faust? fragt da jemand sehr laut. Faust antwortet nicht sofort. Seine Angst ist zu groß. Nun, Faust, ich habe nicht viel Zeit. Viel zu tun. Verstehst du? Faust hört ein lautes, dunkles Lachen. Ich will deine Hilfe, sagt Faust endlich. Will Glück und Geld. Macht und Kraft. Ach, na gut, dann geh mal nach Hause und warte dort auf mich. Morgen komme ich dich besuchen. Faust sieht der Kutsche nach. Dann geht er nach Hause. Er muss lange warten. Den ganzen Morgen sitzt Faust in seiner Stube. Zur Mittagszeit hört er etwas. Ist da jemand? Dort, hinter dem Ofen. Ein schwarzer Kopf mit roten Augen. Hier bin ich, Faust. Was machst du denn hinter dem Ofen? fragt Faust. Komm doch zu mir an den Tisch. Nein, nein, antwortet der andere. Hier ist es besser. Aber Faust will, dass er näher kommt. Da kommt er. Mehr als zwei Meter ist er groß und hat lange, schwarze Haare am ganzen Körper. Wie ein Hund. Aus seinen Feueraugen sieht er Faust an. Schon gut, schon gut. Geh ruhig wieder hinter den Ofen, sagt Faust jetzt. Also Faust, die Sache ist schnell erklärt. 24 Jahre lang will ich alles tun, was du willst. Essen und Kleidung. Frauen und Geld. Alles kannst du von mir bekommen. Doch musst du fünf Regeln beachten. Und nach den 24 Jahren bist du mein. Alles willst du für mich tun? Wirklich alles? fragt Faust. Sag ich doch. Und was sind die fünf Regeln? Erstens, du darfst nicht auf Gott und die Engel hören. Zweitens, du darfst nicht in die Kirche gehen und keine Predigt anhören. Drittens, du darfst niemals heiraten. Kein Problem, sagt Faust. Nun mal langsam. Viertens, tu nie, was der Pastor sagt. Fünftens, du darfst nicht der Freund der Menschen sein und musst gegen alle sein, die Gutes tun, Gottes Wort folgen oder schlecht von dir oder von mir sprechen. Gut, sagt Faust. Das kann ich akzeptieren. Dann schreib das alles auf. Von deiner Hand mit deinem Blut. Ich komme den Pakt, dann holen. Aber... Aber? Zieh dir doch bitte etwas an, wenn du zu mir kommst. So, wie du bist, will ich dich lieber nicht mehr sehen. Kein Problem, Faust. Du wirst mich auch nicht mehr oft treffen. Denn ich bin der Herr der Finsternis und der ganzen Welt und habe anderes zu tun, als einem kleinen Menschen wie dir zu dienen. Heute Abend noch kommt in meinem Namen ein Geist zu dir, der dir dienen soll. Faust ist plötzlich allein im Zimmer. Er denkt einen Moment nach. Soll ich oder soll ich nicht? Nun, ganz sicher tut dieser Diener des Teufels nicht alles, was ich will. Und dann kann ich immer noch sagen, er hat sich nicht an den Pakt gehalten und ich bin wieder frei. Oder nicht? Himmel hin, Himmel her. Ich will leben und Spaß haben. Wer weiß schon, ob es ein Leben nach dem Tod gibt. Faust nimmt ein Messer und schneidet sich eine Ader auf. Das Blut lässt er in ein kleines Glas laufen. Damit schreibt er dann. Ich, Johannes Faust, Doktor der Medizin, bekenne hiermit, bei klarem Verstand, dass Gott mir nicht gegeben hat, was ich wollte und ich die Hilfe des Gottes der Erde, den alle den Teufel nennen, annehme. Er soll alles für mich tun, was ich wünsche. Wenn er das tut, will ich sein sein mit meinem Körper, den ich von Gott durch meine Eltern bekommen habe, mit meinem Geist und meiner Seele. Ich will nie wieder in die Kirche gehen, keine Predigten anhören und niemals tun, was der Priester sagt. Ich werde niemals heiraten und alle Menschen hassen, die Gutes tun. Was Gott und die Engel sagen, geht mich nichts mehr an. Ich will es nicht mehr hören. Wer Schlechtes über mich sagt, den will ich strafen. 24 Jahre lang soll der Herr der Finsternis mir dienen. Dann kann er mit mir, mit meinem Körper, meinem Geist und meiner Seele machen, was er will. Gott selbst wird dagegen nichts mehr tun können. Dies habe ich mit meinem eigenen Blut von eigener Hand geschrieben. Faustus Doktor Wenig später steht ein Mann in Fauststube. Ein grauhaariger Mönch. Er nimmt das Blatt, auf dem Faust den Pack geschrieben hat. Dann sagt er, Gut, Faust, deine Seele ist in 24 Jahren mein. Bis dahin sollst du einen Diener haben, der jeden deiner Wünsche erfüllt. Er wird so aussehen wie ich jetzt. Und nun, Faust, lebe wohl. Wir sehen uns wieder. Dann ist Faust wieder allein. Am Abend, Faust hat gerade gegessen und sitzt an seinem Schreibtisch, klopft es leise an die Zimmertür. Wer kann das sein? Die Haustür ist doch geschlossen. Ach so, der Diener. Vor der Tür steht ein grauhaariger Mönch. Faust bittet ihn herein. Du bist also mein Diener, sagt er zu ihm. Der Mönch sieht ihn traurig an. Ich muss, Faust. Sonst mache ich nicht solche Helferarbeit. Aber es sind ja nur 24 Jahre. Am Ende wird es für mich eine kurze Zeit gewesen sein und für dich nur der Anfang einer schrecklichen, unendlichen Zeit. So will ich jetzt alles tun, was du willst. Was du auch wünschst, du sollst es bekommen. Und du sollst auch keine Angst vor mir haben. Ich bin ja kein hässlicher Teufel, sondern ein Spiritus Familiaris, der gern bei den Menschen wohnt. So willst du also im Namen deines Herrn Lucifer mir immer zu Diensten sein? Das will ich tun. Du kannst mich jederzeit rufen. Ich heiße Mephistopheles. Gut, sagt Faust. Im Moment brauche ich dich nicht. Und schon ist Mephistopheles nicht mehr zu sehen. Kapitel 3 Ein schönes Leben Faust ist guter Dinge. Jetzt hat er einen Helfer und kann im Luxus leben. Oder nicht? Er sieht in seine Kasse. Sie ist bald leer. All die Bücher, die großen Abendessen mit vielen Gästen. Seit einiger Zeit spielt er auch und verliert viel. Er muss wieder zu Geld kommen. Aber wie? Mephistopheles, ruft Faust seinen Diener. Er erklärt ihm die Situation. Aber mein Herr, antwortet Mephisto, mach dir keine Gedanken. Du hast doch mich, deinen treuen Diener. Und du sollst alles bekommen, was du brauchst. Du hast nur noch wenig Geld? Das ist nun wirklich kein Problem. Teller, Gläser und Schüsseln hast du. An den Rest denke ich. Ich will dein Koch und Kellner sein. Nur eine Magd darfst du nicht nehmen, die ihre Nase in unsere Küche steckt und anderen Leuten davon erzählt. Einen Famulus oder Jungen darfst du dir nehmen. Auch Freunde und Gäste einladen. Jeden Abend, wenn du willst. Mit ihnen sollst du Spaß haben und fröhlich sein. Das hört Faust gern. Doch ganz klar ist ihm die Sache nicht. Mein lieber Mephistopheles, Woher willst du denn all das bekommen, was wir hier essen und trinken? Mein lieber Faust, auch Kleider und Schuhe und alles, was du brauchst. Ich kann diese Dinge von Königshöfen holen oder aus dem Palast des Sultans. Ich mach das schon. Nur eins musst du tun, lieber Faust. Ich weiß ja nicht, was du am liebsten isst und trinkst. Schreib mir also bitte auf, was abends und morgens auf dem Tisch stehen soll. An alles andere denke ich. Das lässt Faust sich nicht zweimal sagen. Er nimmt ein Blatt Papier und schreibt auf, was er zu Abend essen will. Gebratene Hühnchen, Rinderbraten, Gänseleber. Dazu schreibt er die Namen dreier teurer und seltener Weine. Ich will doch einmal sehen, was dieser Mephistopheles kann, denkt er. Abends um sieben ist der Tisch gedeckt. Neben dem Teller steht ein schön gearbeiteter, goldener Trinkbecher. Wo kommt denn dieser Becher her? will Faust wissen. Frag das nicht, lieber Faust. Freue dich einfach über seine Schönheit. Brötchen und alles andere liegt schon auf dem Tisch. Mephistopheles bringt dann sechs oder acht Teller mit leckerem Essen. Alles ist warm und schmeckt sehr gut. Die drei Weine, die Faust haben wollte, bringt Mephistopheles auch. So gut habe ich noch nie gegessen. Danke, Mephistopheles. Von nun an braucht er sich um Geld, keine Gedanken mehr zu machen und braucht auch nicht zu arbeiten. Täglich hat er jetzt Gäste. Goldmacher und Studiosen sitzen bei Faust am Tisch. Man isst und trinkt viel. Faust ist fast immer betrunken. Auf dem Land, das ihm der Onkel hinterlassen hat, arbeitet niemand mehr. Die Leute in der Stadt und vor allem die Nachbarn beginnen zu reden. Was macht denn Wovon lebt dieser Faust? Fragen sie. Er arbeitet nicht, hat immer Gäste. Das kann doch nicht mit rechten Dingen zugehen. Herr, sagt Mephistopheles eines Tages zu Faust. Wir müssen das anders machen. Jemand muss auf deinen Feldern arbeiten. Die Leute müssen sehen, wie du dein Geld verdienst. Wie bitte? Fragt Faust. Ich soll arbeiten? Aber nein, antwortet Mephistopheles. Lass mich nur machen. Vom nächsten Tag an sieht man Männer auf den Feldern und im Garten Fausts arbeiten. Na also, sagen jetzt die Leute in der Stadt. Früher oder später musste er doch ans Geld verdienen denken. Nun regnet es in diesem Jahr wenig und die Bauern ernten nicht viel. Auf Fausts Feldern ist die Ernte dreimal so groß. Doch niemand denkt sich etwas dabei. Jetzt hat Faust immer elegante Schuhe und Kleidung. Nur das beste Essen und die besten Weine. In seinem Haus ist es immer warm, auch wenn niemand an Heizung denkt. Und doch ist Faust noch nicht zufrieden. Das ist ja alles gut und schön, mein lieber Mephistopheles. Aber Geld habe ich noch immer nicht und ich brauche welches zum Spielen. Ich will auch nicht immer nur zu Hause bleiben, sondern als großer Herr an den Spieltischen im Lande sitzen. Also? Ach, Herr Faust, ich habe dir doch immer alles gebracht, was du brauchst. Auch auf deinen Feldern lasse ich arbeiten und jetzt sprechen die Nachbarn nicht mehr schlecht von dir, wenn du jetzt mit viel Geld unter die Leute gehst. Ja, ja, ich danke dir für alles, was du bis jetzt getan hast. Du hast deine Sache sehr gut gemacht. Aber der Pakt war, du tust für mich, was ich will. Wenn du das nun nicht mehr tun kannst oder willst, sag es nur. Also bekomme ich das Geld? Ja oder nein? Mephistopheles sieht, dass Faust böse wird und antwortet schnell. Ja, ja, mein Herr. Denk nicht, ich bin ein Lügengeist. Was du wünschst, sollst du haben. Aber bitte, denk auch an den Pakt. Wenn jemand schlecht über dich oder meinen Herrn spricht, musst du etwas tun. Aber natürlich, mein lieber Mephistopheles. Zweifel Faust hat nun alles. Er führt ein großes Haus, er hat Geld, jeden Abend fröhliche Gäste und doch, manchmal kommen ihm noch Gedanken an Gott, der ihm Körper und Seele geschenkt hat. Manchmal denkt er an Himmel und Hölle. In die Kirche darf er ja nicht mehr gehen, auch keine Predigt hören. Aber ein wenig in der Bibel lesen darf ich wohl, sagt sich Faust. So kann ich meinen eigenen kleinen Gottesdienst zu Hause abhalten und muss nicht nur immer an den Teufel denken und an den Pakt. Es steht ja auch geschrieben, Gott ist gnädig. Vielleicht hilft er mir im letzten Moment und ich muss nicht in die Hölle. Ja, ich will die Bibel lesen. Da steht Mephistopheles neben ihm. Mein Herr, ich will ja nichts sagen. Tu, was du für richtig hältst. Aber denk auch an das, was du unterschrieben hast. Was Gott gesagt hat, darf dich nicht mehr interessieren. Nun, wenn du die Bibel lesen willst, ist dagegen nicht viel zu sagen. Die Bücher Mose, vielleicht auch den Hiob, darfst du lesen. Doch die Bücher, in denen vom Leben Christi erzählt wird, dann die Episteln des Paulus, lass liegen. Das Beste ist, du liest wieder, was du schon zu Beginn deines Theologiestudiums gelesen hast. Die Kirchenväter sind sicher eine gute Lektüre für dich. Bitte keine Disputationen über die Dreifaltigkeit. Wenn du Diskussionen magst, sind Konzilien, Zeremonien, Messen, Fegefeuer und solche Themen sicher sehr interessant. Faust wird böse. Nun, mein Diener bist du und nicht mein Herr. Von dir lasse ich mir doch nicht sagen, was ich lese und was nicht. Auch Mephistopheles wird jetzt böse. So sage ich's dir noch einmal im Namen meines Herrn, des größten Herrn unter dem Himmel. Die Bücher des Neuen Testaments sollst du nicht lesen. Sonst passiert etwas und das wird dir nicht gefallen. Faust antwortet leise. Ich habe verstanden. Ich darf nicht einmal mehr lesen, was ich will. Jeder darf die Bibel nehmen und darin lesen, nur ich nicht. Ach, was habe ich getan? Nun gut, die genannten Bücher will ich nicht mehr lesen und über die Dreifaltigkeit nicht disputieren. Dafür aber musst du auch mein Lehrer sein und mir alles erklären, was ich wissen will. Denn du bist ein Geist und hast die Welt gesehen und kennst ihre Mysterien. Frage und ich werde dir antworten. Antwortet Mephistopheles. Den ganzen Abend lang sitzen sie zusammen. Mephistopheles erklärt Faust, wie die Geister zu klassifizieren sind und zu welcher Klasse er selbst gehört. er erzählt ihm, wie und warum Gott den Teufel nicht mehr im Himmel hat sehen wollen und wie der Teufel zum Herrn der Hölle geworden ist. Und im Himmel, wie ist es da? will Faust noch wissen. Mephistopheles antwortet nicht gern auf diese Frage. Aber er antwortet. Er erzählt vom Himmel, von den Engeln vor Gottes Thron und vom Paradies. Dann spricht er wieder von den Teufeln, wie sie hoffen, doch noch in den Himmel zu kommen und doch immer in der Hölle bleiben müssen. Am Ende seiner Erzählung sagt Mephistopheles einige seltsame Dinge. Ich bin ein Geist und nie etwas anderes gewesen. Ich denke aber, als Mensch kann man nur Tag und Nacht seine Hände zum Himmel heben, voll Dankbarkeit zu Gott. Er hat sie geschaffen, er hat seinen Sohn Mensch werden und auf der Erde für die Menschen sterben lassen. Er schenkt dem Menschen das ewige Leben im Paradies. Der Teufel hat nur eins zu geben, die Hölle. Und du, Faust, bist ein Mensch und hast Gottes Gaben nicht haben wollen. Wolltest nur dein kurzes Leben im Luxus verbringen. Hast dem Teufel deine Seele gegeben und wirst ewig in der Hölle dafür bezahlen müssen. Da sagt Faust nichts mehr und lässt Mephistopheles gehen. In dieser Nacht kann Faust nicht einschlafen. Immer wieder hört er die Worte seines Dieners. Wie bin ich dumm gewesen, denkt er. Gott hat mir Leib und Seele gegeben und ich, ich verschenke diese Gaben. Warum bin ich Gott nicht dankbar gewesen? Das ewige Leben, ich habe es verschenkt, für ein kurzes Leben in Reichtum und Luxus. Nun ist es zu spät. Nicht einmal mit einem Pastor darf ich mehr sprechen. Was habe ich getan? Auch am nächsten Tag denkt Faust immer über sein Leben nach. Sag mal, spricht er beim Mittagessen Mephisto an. Habt ihr schon früher gewusst, dass ich der richtige Mann für euch bin, wie bei anderen gottlosen Menschen? Ja, natürlich, antwortet Mephistopheles. Schon als Kind hast du die Chiromantik lernen wollen, wenn die anderen Kinder in die Kirche gingen. Da wussten wir gleich, das ist der Richtige für uns. Von Jugend auf lebtest du nicht nach Gottes Wort. Als Student hast du dich immer nur für Bücher über schwarze Magie interessiert. Wir sahen deine Gedanken und wussten schon, der kommt später von selbst zu uns. Wir machten deine Gedanken dann noch frecher. So ließen sie dir Tag und Nacht keine Ruhe. Du wolltest nur noch eins, Zauberer werden. Und dann verhärteten wir dein Herz noch mehr. Nichts konnte dich mehr zu Gott zurückführen, als du allein aus der Stadt gingst und Luzifer gerufen hast. Und wirklich hast du meinem Herrn Leib und Seele verkauft, wie du weißt. Das ist wahr, sagt Faust traurig. Und jetzt ist es zu spät. Warum habe ich nicht auf Gottes Wort gehört? Warum bin ich immer Luzifer nachgelaufen? Ach, was habe ich getan? Das weißt du selbst am besten, mein Liebe, antwortet Mephistopheles. Faust steht auf und geht aus dem Haus. Er geht seine Freunde besuchen. Er will trinken und lachen und nicht mehr an Gott und den Teufel denken. Sein Leben ist wirklich herrlich. Er kann sich nicht beklagen. Er wohnt in einem großen Haus. Er hat teure Möbel und die schönsten Teppiche. Von seinen Zimmern aus kann er im Sommer wie im Winter die Vögel singen hören. Auch ein Papagei und andere seltene Tiere leben in Fausts Garten. Wenn in der Stadt Schnee liegt, ist dort Sommer. Die Sonne scheint und es ist warm. Rosen, Narzissen, Margeriten blühen. An der Mauer stehen Oliven und Zitronenbäume. Auch Kirsch- und Apfelbäume hat er. Einen kleinen Wald. Es gibt immer frisches Obst in Fausts Garten. An den Apfelbäumen wachsen auch Kastanien und an den Kirschbäumen Feigen. Unten aber im Haus, vor seinem Stall an der Einfahrt, liegt Fausts großer Zauberhund, der immer neben ihm durch die Stadt und übers Land geht. Er heißt Prestigia oder Hexenmeister und hat rote Augen und lange schwarze Haare. Wenn ihm aber Faust mit der Hand über den Rücken fährt, wird das Tier erst grau, dann weiß, auch gelb oder braun. Der Zauberer Im Jahre 1525 leben drei junge Herren von Adel zusammen mit ihren Hauslehrern in Wittenberg. Sie besuchen hier die Universität. Sie erfahren, dass der König von Bayern in München heiraten soll. Die Hochzeit soll sehr groß und teuer werden. Die Könige viele Länder kommen. Es gibt nur das Beste und Teuerste zu Essen und zu trinken. Ach, warum müssen wir in diesem langweiligen Wittenberg sitzen und können nicht zu dieser herrlichen Feier reisen? Fragen sich die drei jungen Männer, als sie eines Abends bei Faust sitzen. Was es da zu sehen gibt, Könige und Königin, Prinzen und Prinzessinnen aus dem ganzen Land, warum können wir nicht hinfahren? Die Sache ist ihnen aber zu kompliziert. Sie müssen in ein paar Tagen wieder in Wittenberg an der Universität sein und die Reise nach München ist lang. Ach, das ist doch kein Problem, sagt Faust. Ihr zieht euch bitte elegant an und seid morgen früh um fünf in meinem Garten. Die drei können es erst nicht glauben. Doch haben sie Faust schon öfter zaubern sehen und pünktlich um fünf stehen sie am nächsten Morgen im Garten hinter Fausts Haus. Er wartet schon auf sie. Seinen großen schwarzen Mantel hat er auf den Boden gelegt. Setzt euch auf den Mantel, sagt er ihnen. Und noch etwas. Ihr dürft auf der ganzen Reise und vor allem auf dem Fest in München kein Wort sprechen. Sonst bekommen wir Probleme. Große Probleme. Sie setzen sich auf den Mantel. Faust setzt sich nach vorn und sagt leise Da fliegt der Mantel durch die Luft. Sie sehen die Stadt, dann Felder und andere Städte unter sich, dann nur noch Dunkelheit. Vier Stunden später landen sie in München im Garten der Burg des Königs. Sie stehen auf. Faust legt sich den Mantel um und sie gehen zusammen zum Tor. Der Hofmeister lässt sie hineingehen. Ein zweiter Mann bringt sie zur Burgkapelle. Er fragt, woher sie kommen. Sie antworten nicht. Seltsame Leute, denkt er. Auch nach der Hochzeitszeremonie sagen die vier kein Wort. Die anderen Gäste sehen sie an und sprechen leise über sie. Aber das stört sie nicht. Um zwölf gehen sie zum Mittagessen. Ein Diener trägt das Handwaschbecken herum. Erst wäscht sich Faust die Finger, dann die drei Barone. Der dritte dankt den Diener. Sehr nett, wirklich. Plötzlich sehen ihn alle an. Der König, die Gäste, die Diener. Faust läuft mit den anderen beiden aus dem Saal. In den Garten, schnell, sagt er ihnen leise. Sie springen auf Fausts Mantel und fliegen fort. Ihr Freund steht jetzt vor dem König. Wer bist du und wie kommst du in die Burg? Er antwortet nicht. Wenn ich jetzt etwas sage, denkt er, gibt es großen Ärger. Meine Eltern, Faust und dieser Zauberflug. Sprich, sonst geht es dir schlecht. Er antwortet nicht. Ins Gefängnis mit ihm. Morgen bringen wir ihn zum Sprechen. Doch noch in derselben Nacht landet Faust vor dem Gefängnis. Soldaten stehen an allen Türen. Faust geht langsam auf sie zu. Was wollen sie hier? fragen die Soldaten. Ene mene belze buh, denkt nicht viel und kommt zur Ruh. Die Soldaten schlafen ein. Faust nimmt ihnen die Schlüssel ab und geht ins Gefängnis. Bald steht Faust in der Zelle des Adligen. Los, steh auf, wir fliegen. Vor dem Gefängnis setzen sie sich auf den Mantel und fliegen zurück nach Wittenberg. Ich habe euch doch gesagt, ihr sollt den Mund halten, sagt ihm Faust, als sie in seinem Garten landen. Schon am Nachmittag ruft Faust wieder Mephistopheles zu sich. Ich will heute Abend in die Stadt zum Spielen. Gib mir Geld. Hier hast du dein Geld, sagt Mephisto und legt einen kleinen Sack vor Faust auf den Tisch. Aber aber was, fragt Faust. Nun, ehrlich gesagt, wird es mir langsam ein bisschen viel. Der Garten, das Haus, Frühstück, Mittagessen, Abendessen mit Gästen und dann brauchst du immer noch Geld. Du hast doch viel von mir gelernt. Faust will sich schon ärgern. Doch dann denkt er, da hat er eigentlich recht. Wozu habe ich denn die ganze Zauberei gelernt? Um reich und berühmt zu werden. Es ist gut, du kannst gehen, sagt er zu Mephistopheles. Am Abend geht Faust mit seinen Freunden zu einem Juden. Ich brauche 60 Thaler. In einem Monat zahle ich sie dir zurück, sagt Faust zu ihm. 60 Thaler, das ist viel Geld, antwortet der Jude. Hast du Sicherheiten? Nun, antwortet Faust, machen wir das so. Wenn ich dir in einem Monat nicht das Geld bringe, bekommst du mein rechtes Bein. Dein Bein? Der Jude sieht ihn an. Na gut, dein Bein willst du sicher nicht verlieren. Unterschreibe hier. Faust unterschreibt und der Jude gibt ihm das Geld. Einen Monat später, Faust hat das Geld natürlich nicht zurückgezahlt, steht der Jude mit ein paar Freunden vor Fausts Haustür. Er hat eine Säge in der Hand. Ach ja, das Bein, sagt Faust und bittet die Männer ins Schlafzimmer. Er legt sich aufs Bett. Bitte. Was? Der Jude kann es nicht glauben. Du willst mir das Geld nicht geben, aber dein Bein? Ja, nimm es als Pfand. In ein paar Tagen, wenn ich das Geld habe, gebe ich es dir und du gibst mir das Bein zurück. Und nun mach schnell, ich habe zu tun. Der Jude nimmt die Säge und beginnt seine Arbeit. Faust schreit nicht, er blutet nicht, er liegt da auf dem Bett und spricht mit Freunden. Nach einer halben Stunde hat der Jude das Bein abgesägt und steckt es in die Tasche. Faust steht auf, nimmt einen Stock und bringt den Juden an die Tür. Also mein Lieber, wir sehen uns der Jude hat jetzt Angst. Siehst du, sagt einer seiner Freunde, jetzt hast du ihm das Bein abgesägt und wenn er stirbt, dann hängen sie dich auf und du trägst das Bein auch noch mit dir herum. Ja, du hast recht, sagt der Jude. Auf der nächsten Brücke lässt er das Bein in den Fluss fallen und geht schnell nach Hause. Doch eine Woche später lässt ihn Faust rufen. Du kannst dir dein Geld holen, aber bring das Bein mit. Der Jude kommt. Faust liegt im Bett. Der Jude muss Faust sagen, dass er das Bein nicht mehr hat. Mein Bein ist weg. Wie soll ich jetzt laufen? Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Ich wusste doch nicht. Schon gut, sagt Faust. Aber dein Geld bekommst du jetzt natürlich nicht der Jude. Faust gibt ihm ein Blatt Papier. Schreib. Die 60 Taler, die ich Faust gegeben habe, will ich nicht zurück. Der Jude schreibt es und setzt dann seine Unterschrift auf das Blatt. Dann geht er nach Hause. Faust liegt da schon nicht mehr im Bett. Auf beiden Beinen steht er mit seinen Freunden im Gasthaus und lacht über den Juden. Einige polnische Studenten wollen zur Messe nach Leipzig. Vielleicht kann Faust uns hinbringen. Das geht schneller. Faust sagt ja. Am nächsten Morgen wartet er mit einem Pferdewagen vor seinem Haus auf sie. Was ist das? Wo ist denn da die Zaberei? fragen sie. Nach einer halben Stunde läuft ihnen eine schwarze Katze über den Weg. vielleicht war das keine gute Idee das mit der Reise nach Leipzig. Nach wenigen Stunden kommen sie in Leipzig an. Schon da? Wie geht denn das? fragen sie jetzt. Tja. Faust lächelt. Die jungen Männer gehen in ihr Gasthaus. Faust sieht sich um. Viele Menschen sind auf der Straße. Na hier ist was los sagt Faust. Da steht Mephistopheles neben ihm. Ja und Zauberer gibt es auch, sagt er. Zauberer? fragt Faust. Hier gibt es nur einen Zauberer und das bin ich. Mephistopheles lacht leise und führt ihn zu einem Platz. Dort stehen viele Menschen. In der Mitte des Platzes steht eine Gruppe von fünf Männern. Einer von ihnen hat ein großes Messer in der Hand. Auf dem Boden liegt ein roter Teppich. Hinter den Männern steht ein Tisch mit einer Vase. In der Vase vier Blumen. Daneben steht ein Barbierstuhl und ein Barbier. Was soll das Theater? fragt Faust. Warte nur, antwortet Mephistopheles. Einer der Männer geht auf dem Teppich in die Knie. Der mit dem Messer stellt sich hinter ihn und schneidet ihm den Kopf ab. Er nimmt den Kopf und gibt ihn dem Barbier. Der Barbier stellt den Kopf auf den Stuhl und rasiert ihn. Dann gibt er ihn zurück. Der mit dem Messer setzt den Kopf wieder auf den Körper. Eine der Blumen in der Vase fliegt in die Luft und zurück in die Vase. Da steht der Geköpfte auf und lacht. Er geht zum Publikum und bittet um Geld. Die Leute geben viel. So geht das dreimal. Mal sehen, was sich da machen lässt, sagt Faust. Der Mann mit dem Messer schneidet dem vierten Mann den Kopf ab und gibt den Kopf dem Barbier. Belzebu, keiner sieht zu. Faust geht schnell hinter den Tisch. Niemand kann ihn sehen. Er nimmt die vierte Blume aus der Vase und geht wieder weg. Der Barbier gibt den Kopf zurück. Der Mann mit dem Messer setzt ihn auf den Körper des Geköpften und der Kopf fällt auf den Boden. Nein! Das Publikum kann es nicht glauben. Der Mann versucht es noch einmal. Nichts zu machen. Der Geköpfte ist und bleibt tot. Die versuchen das nicht wieder. Faust lacht leise und geht. Auf der Straße trifft er Freunde. Er lädt sie ein. Kommt doch mit. Wir trinken was zusammen. Vor einem Gasthaus steht ein Wagen. Die Tür zum Keller ist geöffnet. Vier Männer versuchen, ein großes Fass Wein aus dem Keller zu tragen. Aber es ist zu schwer. Was ist denn das? lacht Faust. Vier Männer für ein Fass? Das kann doch einer allein. Ach ja. Die vier Männer werden böse. Da kommt der Wirt und hört, was Faust sagt. Auch er wird böse. Hör mal, du neumal kluge. Wenn du das Fass alleine aus dem Keller auf die Straße bringst, schenke ich es dir. Du schenkst es mir? Fragt Faust noch einmal. Ja, und wenn nicht? Habt ihr das gehört? Fragt Faust seine Freunde. Nun komm schon, Faust, antworten sie. Es ist besser, wir gehen weiter. Ach was? Faust geht in den Keller, setzt sich aufs Weinfass und reitet mit dem Fass auf die Straße. Was? Der Wirt und seine Helfer sind sprachlos. Faust reitet auf dem Fass ins Gasthaus. Zwei oder drei Tage trinken er und seine Freunde ohne Pause. Weißt du, dass auch der Kardinal Campegius da ist? Fragt einer von Fausts Freunden. Campegius aus Rom? Faust geht zum Haus des Bischofs. Dort stehen viele Wagen vor der Tür. Er geht hinein. Viele wichtige Leute stehen im Saal. Der Bischof, die Magistrate, auch der Bürgermeister von Leipzig ist da. Zu viele Leute, denkt Faust. Da kann man nichts machen. Doch hat er gehört, dass der Kardinal am nächsten Tag mit wenigen Freunden eine Landpartie machen will. Faust geht zu Fuß hin. Seine Freunde kommen mit. Als sie den Kardinal sehen, erklärt Faust seinen Freunden. Ich will hier ein wenig Theater spielen. Plötzlich ist er weg. Kurze Zeit später ist er wieder da. Er trägt jetzt die grüne Kleidung eines Jägers und hat ein Jagdhorn in der Hand. Aber Faust, sagen die Freunde, nur der König darf hier jagen. Ja, ja, den König will ich nicht stören. Da sehen sie es. Ein Hase fliegt vor ihnen durch die Luft, am Kardinal vorbei. Ein Fuchs fliegt hinter dem Hasen her. Da kommt Mephistopheles mit vier Jagdhunden geflogen. Faust bläst ins Horn und fliegt hinter ihnen her. Vor dem Kardinal bleibt er stehen. Der Kardinal lacht. Ich hoffe, unsere kleine Jagd hat Ihnen gefallen, sagt Faust. Wunderbar, sagt der Kardinal. Er lacht immer noch. So etwas habe ich noch nicht gesehen, sagen Sie, wer sind Sie denn? Kennen wir uns? Magister Faust. Ach, Sie sind Faust. Ich habe schon sehr viel von Ihnen gehört. Sagen Sie Er nimmt Faust am Arm und geht mit ihm ein paar Meter weiter. So einen wie Sie kann ich brauchen. Wollen Sie nicht mit mir nach Rom kommen? Ich zahle gut, lieber Faust. Vielen Dank, Herr Kardinal. Aber ich habe schon einen Herrn, den Herrn der Welt. Er lacht laut. Dann fliegt er weg. Man hört ihn noch eine Zeit lang lachen. Auf dem Rückweg nach Wittenberg macht die kleine Gruppe bei einem Cousin eines 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 polnischen Studenten Halt. Der Burgherr gibt ein großes Fest für die Gäste aus Wittenberg. Wir müssen los, sagt da einer von ihnen. Es gibt bald Regen. Alle sehen aus dem Fenster dicke schwarze Wolken am Horizont. Nein, seht nur, ein Regenbogen. Im Westen steht ein Regenbogen am Himmel. Möchtet ihr den aus der Nähe sehen? fragt Faust. Wie aus der Nähe? Faust streckt die Hand zum Fenster hinaus und zieht sie dann zurück in den Saal. Der Regenbogen kommt durchs Fenster in den Saal. Faust hält ihn. Nun, was sagt ihr? Sollen wir ein wenig auf dem Regenbogen reiten? fragt Faust. Reiten? Auf dem Regenbogen? Die anderen bekommen Angst. Lass nur, Faust, ein anderes Mal. Da nimmt Faust die Hand vom Regenbogen und der zieht sich zurück. Fausts Karneval Karneval ist da. Faust lädt am Montag zu sich nach Hause ein. Viele Studenten kommen. Man isst und trinkt. Doch Plötzlich sagt Faust Der Wein hier ist gut, aber beim Bischof von Salzburg da gibt es noch besseren. Dann steht er auf und ruft. Wer kommt mit mir nach Salzburg in den Weinkeller des Bischofs? Die Studenten kennen ihren Faust und gehen ihm nach. An einem Apfelbaum steht eine Leiter. Faust steigt nach oben und setzt sich hin. Wer mit will, soll sich auch auf die Leiter setzen. Das tun die Studenten. Und so fahren sie durch die Nacht. Kurz nach Mitternacht kommen sie im bischöflichen Keller in Salzburg an. Sie machen Licht und nehmen sich jeder ein paar Flaschen Wein. Dann setzen sie sich und trinken. Auf die Gesundheit des Bischofs! Der Wein ist wirklich sehr gut. Und es ist sehr viel da. Schon seit mehr als einer Stunde sitzen sie da und trinken. Da geht die Tür auf. Vor ihnen steht der Kellermeister. Er kann es nicht glauben. Um ein Uhr morgens sitzen da betrunkene Studenten im Weinkeller des Bischofs. Was tun sie hier? Will er wissen. Wir trinken! Antworten sie. Wir trinken auf die Gesundheit des Bischofs. Aber das aber der teure Wein. Hilfe! Er will aus dem Keller laufen und Hilfe holen. Doch Faust packt ihn am Arm. Es ist Zeit, sagt er den Studenten. Nehmt jeder noch eine Flasche vom Besten unter den Arm und dann fahren wir nach Hause. Schnell setzen sie sich wieder alle auf die Leiter und die Fahrt geht los. Den Kellermeister nehmen sie mit. Kurze Zeit später fliegen sie über einen Wald. Da sieht Faust einen sehr hohen Baum. Dort setzt er den Kellermeister ab. Dann fliegen sie zu Fausts Haus, wo sie noch bis zum Morgen weiter feiern. Der Kellermeister, halbtot vor Angst und Kälte, sitzt die ganze Nacht oben auf dem Baum. Am Morgen ruft er um Hilfe. Doch erst zur Mittagszeit kommen zwei Bauern vorbei und hören das dicke Vögelchen im Baum rufen. Das lassen sich die beiden Bauern nicht zweimal sagen. Sie laufen in die Stadt. Dort will ihnen aber niemand glauben. Auch der Bischof nicht. Mein Kellermeister sitzt mitten im Wald auf einem hohen Baum. So, so, so. Er lässt den Kellermeister rufen. Wenig später kommt ein Diener und sagt, der Kellermeister ist nicht zu finden, Herr, und die Tür zum Weinkeller steht offen. Jetzt glaubt der Bischof den Bauern doch. Geht mit den Bauern in den Wald und bringt mir meinen Kellermeister wieder, sagt er seinen Leuten. Die halbe Stadt kommt mit. Es ist nicht leicht, den müden Kellermeister vom Baum zu holen. Als er unten auf dem Boden steht, hat er auch nicht viel zu erzählen. Ein Magister Faust hat mich dort auf den Baum gesetzt. Viel mehr weiß er nicht. Auch am Dienstag Abend kommen die Studenten zu Faust. Bei Faust gibt es immer gut zu essen und zu trinken. Denken sie. Doch an diesem Abend ist es anders. Gekochtes Rindfleisch steht auf dem Gäste sehen sich an. Sie sprechen nur wenig. Was ist hier passiert? Warten wir es ab, denkt einer, der Faust schon länger kennt. Am Ende des Abendessens steht Faust auf und sagt Liebe Freunde, das Essen war bis jetzt ein wenig mager, weil ich es selbst bezahlt habe. Jetzt wollen wir sehen, wie ein Abendessen aussieht, das unsere Herren und Herrscher bezahlen. Ob sie wollen oder nicht? Dann geht er in den Garten. Drei Flaschen stehen da und fünf große Teller. Faust sagt zu Mephisto Erstens bringst du uns ungarischen, französischen und spanischen Wein, so viel wir trinken können. Und zweitens möchte ich Wild und Fleisch und Fisch alles schön gebraten für unser Abendessen. Eine halbe Stunde müssen sie warten. Dann steht alles Gewünschte da. Esst und trinkt meine Brüder, ruft Faust und lacht. Es kommt nicht aus der Hölle, es kommt aus den besten Küchen und Kellern Europas. Die letzten Gäste gehen erst am frühen Morgen nach Haus. Am Aschermittwoch, sagt man, ist der Karneval vorbei. Doch das Fest bei Faust geht weiter. Mittags sitzen schon wieder die Studenten bei ihm am Tisch. Zwei große Braten stehen da und ein noch größerer gebratener Kalbskopf. Faust bittet einen Studenten, Portionen abzuschneiden. Doch als er mit dem Messer an den Kopf kommt, schreit dieser laut. Zu Hilfe, zu Hilfe! Der Student versucht es noch einmal. Zu Hilfe! Mörder! Faust liegt vor Lachen unter dem Tisch. Die anderen verstehen nicht sofort. Dann lachen auch sie. Diesmal gibt es auch Musik. Die Gäste freuen sich darüber. Aber woher die Musik kommt? Es sind keine Musikanten und keine Instrumente zu sehen. Nur die Weingläser auf dem Tisch. Die beginnen jetzt im Takt zur Musik zu tanzen und wer trinken will muss mittanzen. Die Gäste lachen. Faust geht aus dem Zimmer und kommt wenig später mit einem Hahn zurück. Er stellt ihn auf den Tisch. Seht mal her, was der kann. Der Hahn beginnt zu tanzen und singt dazu altdeutsche Lieder. So geht das ein paar Stunden lang weiter und schon ist Zeit zum Abendessen. Großen Hunger hat keiner der Gäste. Für den kleinen Hunger habe 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 ich etwas sagt Faust und steckt eine Stange durchs Fenster hinaus. Dann zieht er die Stange wieder herein. Auf der Stange hängen gebratene Vögelchen. Die lassen sie sich schmecken und trinken noch mehr Wein dazu. Auch am Donnerstag ist das Fest nicht zu Ende. Es hat in der Nacht stark geschneit. Faust lädt die Studenten zu einer Schlittenfahrt ein. Da steht auch ein großer goldener Schlitten vor der Tür. Wo sind denn die Pferde? fragt einer der Studenten. Brauchen wir nicht, ist Fausts Antwort. Sie setzen sich zusammen in den Schlitten. Aus dem Stall kommen noch vier große Affen und setzen sich hinter die Studenten. Sie haben Musikinstrumente dabei. Als sie zu spielen beginnen fährt der Schlitten los. So fahren sie durch die Stadt. Viele Leute bleiben auf der Straße stehen. Wie fährt dieser Schlitten? fragen sie sich. Ohne Pferde! Der Faust muss mit dem Teufel im Bunde stecken. Die Nachbarn verstehen, dass das, was da in Fausts Haus passiert, nicht in Ordnung ist. Doch was sollen sie tun? Einer von ihnen, ein alter, gläubiger Mann, geht eines Tages zu Faust. Lass doch den Teufel, rät er ihm. Halte dich an Gott. Hast du denn keine Angst vor der Hölle? Denk ans Paradies. Faust hört ihm zu und dankt ihm für seinen Besuch. Ich will mich bessern, sagt er dem alten Mann am Ende. Und wirklich bekommt er langsam Angst vor dem Teufel und will den Pakt gern wieder lösen. Doch noch während er so nachdenkt, steht plötzlich Mephisto neben ihm. Ach, ach, Magister Faust, so geht das nicht. Tag und Nacht bin ich für dich da. Und jetzt willst du wieder zu den guten Christen Menschen? So geht das nicht, mein Lieber. Mein Herr hat mir das hier gegeben. Er zieht ein Stück Papier aus der Tasche. Das unterschreibst du heute Abend noch mit deinem Blut. Faust liest, was da geschrieben steht. Noch einmal der alte Pakt? fragt er. Jawohl. Und wenn ich nicht unterschreibe? Dann reiß ich dich in Stücke. antwortet Mephisto ganz ruhig. Schon gut, schon gut. Faust unterschreibt. Faust will heiraten. So lebt Faust viele Jahre lang. Er isst und trinkt. Auch Frauen hat er. Er hat Spaß mit seinen Freunden und macht ab und zu eine Reise. Doch eines Tages sieht Faust ein junges Mädchen vor seinem Fenster vorbeigehen. Teufel, sagt er. Ist die hübsch, die Kleine. Ihre Augen leuchten blau. Ihr Haar ist blond wie Gold und ihre Figur. Er fragt Mephistopheles nach Ibia. Ach, die? antwortet der. Das neue Dienstmädchen deines Nachbarn. Ja, die? Was? Nun, die ist nichts für dich. Die geht jede freie Minute in die Kirche. Ach, was? Am selben Abend noch wartet Faust vor dem Haus auf das Mädchen. Es kommt gerade aus der Kirche. Junge Dame, darf ich sie zu einem Glas? Bin keine Dame, sagt sie. Und ich trinke nicht. Gute Nacht, mein Herr. Am nächsten Tag versucht er es wieder. Fragt sie, woher sie kommt und wie sie die Stadt findet. Sie antwortet nur kurz und geht weiter. Am dritten Abend will Faust ihr etwas schenken. Ein Armband aus Gold. Aber nein, mein Herr, was denken Sie? fragt sie ihn. Dafür wollen sie sicher etwas von mir. Nur einen Kuss. Um Gottes Willen, sind wir verheiratet? Verheiratet? Ein Küsschen. So ein hübsches Mädchen wie du, das hat doch sicher einen Liebsten, oder? Hab keinen Liebsten und küss auch keinen. Erst nach der Hochzeit. Auch in dieser Nacht kann Faust nicht einschlafen. Heiraten, heiraten will sie, das gibt es nicht. Doch beim Frühstück denkt er, na ja, dann heirate ich sie. Und schon steht Mephisto neben ihm. Mein lieber Faust, Denk an den Pakt. Heiraten ist dir verboten. Das mit dem Heiraten, das ist eine Idee von dem da oben. Und zieh dich doch um. Sind verheiratete Leute vielleicht glücklich? sie sie streiten den ganzen Tag. Der Mann darf nicht mehr trinken, muss immer arbeiten und sie putzt und wäscht und schimpft und wird dick und alt und hässlich. Faust denkt an die Familien in der Nachbarschaft. Ganz Unrecht hat er nicht, der Mephistopheles. Aber dann denkt er wieder an das schöne junge Mädchen. Ach was, geh mir zum Teufel mit deinen Verboten. Wenn ich heiraten will, dann heirate ich und damit basta. Dann geht er nach oben in sein Studierzimmer. Doch nur wenige Minuten später kommt ein Gewitter auf. Der Wind wird immer stärker. Fenster zerspringen. Dann sieht Faust Feuer im Zimmer. Feuer! Er läuft aus dem Zimmer, aber das Feuer steht im ganzen Haus. Die Haustür geht nicht auf. Er kann nicht hinaus. Da, wie von einer großen Hand gepackt, fliegt Faust durchs Zimmer und fällt auf den Boden. Vor ihm steht der Teufel, groß und schwarz und mit roten Augen. Komm mit Faust, es ist vorbei, schreit er. Aber bitte, Herr Teufel, 24 Jahre steht im Pakt, es ist noch zu früh, antwortet Faust. Im Pakt steht das wie, lacht der Teufel. Und was steht noch im Pakt, Magister Faust? Nun, da steht, ich soll nicht in die Kirche gehen und keine Predigt anhören und 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 schon gut, ich habe verstanden, heiraten darf ich auch nicht, ich will's auch nicht tun, in Ordnung? Der Teufel lacht laut und ist nicht mehr zu sehen, es brennt auch nicht mehr im Haus, das Gewitter ist vorbei. Mephistopheles steht neben Faust und gibt ihm die Hand. Steh auf Faust. Der war wohl böse, wie? fragt Faust. Na ja, wenn du ihm mit heiraten kommst. Aber wir verstehen dich ja auch. Die Frauen hier in Wittenberg sind ja wirklich nicht so schön anzusehen. Und da hast du dich in so ein junges Mädchen verliebt. Aber ich habe da eine Idee. Was für eine Idee? Gibt es nicht eine Frau, die du gerne haben möchtest? Wie? Eine Frau? Ich weiß nicht. Nein. Aber du suchst eine Frau. Wie soll sie denn sein? Klug natürlich. Ach Faust. Und schön. Sehr schön. Die schönste von allen. So schön wie Helena von Troja. Und diese Helena selbst? Nun, da steht sie schon vor ihm. Helena, die schönste der Schönen. Sie trägt ein Purpur Kleid. ihre Haare sind goldblond und gehen bis ans Knie. Aus schwarzen Augen sieht sie Faust an. Faust, endlich, sagt sie leise. Nun bin ich dein. Er nimmt sie in den Arm. Mephistopheles ist nicht mehr zu sehen. Neun Monate später bekommt Helena ein Kind. Es ist ein Junge. Faust gibt ihm den Namen Justus Faust. Ein Sohn denkt er der Sohn des Teufels. Eines Tages Faust ist allein zu Hause steht ein Junge vor der Tür. Er ist schmutzig seine Kleidung zerrissen. Er steht da und singt ein christliches Lied. Bitte sagt er dann haben sie etwas zu essen für mich? Faust sieht ihn an. Oft kommen Bettler an die Tür und Faust gibt nicht immer etwas. Doch dieser hier ist anders. Er sieht intelligent aus. Faust bittet ihn herein. In der Küche stellt er ihm Brot und Wurst auf den Tisch. Wie alt bist du denn? fragt er. Ich bin 13 her, antwortet der Junge. Und deine Eltern? Mein Vater ist Pfarrer, aber er hat mich oft geschlagen. Immer wieder. Da bin ich weggelaufen. Gut gemacht, sagt Faust. Wenn du willst, kannst du hier bleiben. Ich brauche eine Hilfe im Haus. Und jetzt geh dich erst mal waschen. Wie heißt du eigentlich? Wagner. Faust gibt ihm Kleidung und ein Zimmer neben seinem. Erst lässt er ihn einfache Dinge im Haus und im Garten machen. Aber der Junge kann lesen und schreiben. Auch etwas Latein. Faust lässt sich von ihm auch bei den Büchern und Experimenten helfen. Der Junge lernt schnell. Er stellt niemals dumme Fragen und erzählt niemandem etwas von dem, was er da zu sehen bekommt. Auch Mephisto macht ihm keine Angst. Das ist der Richtige, denkt Faust. Jetzt hat Faust einen schon nach kurzer Zeit hat er ihn sehr lieb gewonnen. In seiner Freizeit sitzt Wagner in seinem Zimmer und schreibt. Was schreibst du da? Ihre Abenteuer schreibe ich auf, Herr. Die Welt muss wissen, wer Johann Faustus ist. Aber erst nach meinem Tod, sagt Faustus. Er freut sich. Er wird in die Hölle fahren, aber er wird berühmt werden. Und noch etwas, Herr, sagt Wagner. Ich will so werden wie Sie. Nun, mein Lieber, lerne alles, was du hier lernen kannst. Studiere die Bücher über Schwarzkunst in meinem Zimmer. Aber so werden wie ich, das ist keine gute Idee. Und er erzählt Wagner von seinem Pakt mit dem Teufel. Diesen Pakt will der Junge nicht schließen. Doch er bleibt Faust treuer Famulus. Das Ende 23 Jahre, elf Monate und zwei Wochen sind vergangen. Das Ende naht. Faust ruft Wagner zu sich. Es ist bald zu Ende, mein Lieber, erklärt er ihm. Wagner ist traurig. Vielleicht können wir doch etwas tun, Herr, sagt er. Gottes Gnade kennt keine Grenze. Doch, sagt Faust, da gibt es nichts mehr zu tun. Wagner kennt einen Magister der Theologie. Den lässt er rufen. Gott hilft allen Sündern, sagt er. Er liest Faust aus der Bibel vor. Das hilft. Faust hat etwas weniger Angst. Doch in der Nacht, wenn er allein ist, kommt die Angst wieder. Dann weiß Faust, dass ihm nicht zu helfen ist. Am vorletzten Tag kommt Mephistopheles zu ihm. Noch einen Wunsch, Faust, fragt er und lacht. Einen letzten Wunsch? Geh, sagt Faust. Lass mich. Ich gehe, aber du weißt, übermorgen kommt jemand. Ich weiß. Faust sitzt an seinem Tisch und weint. Warum habe ich nur diesen Pakt unterschrieben? Und wozu? Geld, Spiel und Spaß. Und jetzt? Jetzt ist mein Leben zu Ende und ich muss in die Hölle. Am letzten Tag ist er ruhig. Er lädt seine Freunde zum Abendessen im Gasthaus ein. Sie kurz vor Mitternacht steht Faust auf. Faust hält eine Rede, rufen die Freunde und lachen. Ja, eine Rede, eine letzte Rede. Die Freunde lachen nicht mehr. Ja, meine Lieben, das ist das letzte Mal, dass wir hier zusammen sind. Ich habe immer viel Spaß mit euch gehabt und, glaube ich zu wissen, auch ihr mit mir. Oft habt ihr mich wunderbare Dinge tun sehen und sicher habt ihr euch oft gefragt, wie ich das mache. Wir sind durch die Luft geflogen. Wir haben im Keller des Bischofs fremden Wein getrunken. Ich wollte auf dem Regenbogen reiten. Die Wahrheit ist, meine Freunde, ich habe vor 24 Jahren einen Pakt mit dem Teufel abgeschlossen. Er hat mir all das möglich gemacht und jetzt heute Nacht kommt er mich holen. Zum letzten Mal seid ihr heute meine Gäste. Ich bitte euch, geht jetzt auf eure Zimmer und bleibt dort, egal was ihr hört. Und denkt manchmal an mich, euren alten Freund Faust. Die anderen sind sprachlos. Faust geht nach oben. Dann sieht er sie noch einmal an und sagt lebt wohl Freunde. Keiner sagt mir etwas. Still geht jeder auf sein Zimmer. Kurz nach Mitternacht hören sie einen Donner. Dann einen Schrei. Hilfe! Nein! Möbel fallen um. Noch ein Donner. Ein Sturm kommt auf. Nur kurz. Dann ist alles ruhig. Aber keiner kommt aus seinem Zimmer. Erst am Morgen gehen die Freunde nachsehen. Faustzimmer ist voller Blut. Zerschlagene Möbelstücke auf dem Boden. Aber wo ist Faust? Er liegt im Garten. Da kann er nicht bleiben. Er muss unter die Erde, denken sie. Sie bringen ihren toten Freund zum Priester. Hier, dieser Mann lag tot auf der Straße, erklären sie ihm. Wir kennen ihn nicht. Aber können sie ihn bitte beerdigen? Wir geben ihn einen Goldtaler. Am Rande des Friedhofs wird Faust beerdigt. Der Priester spricht ein schnelles Gebet. Ein Gewitter kommt auf. Es stürmt und regnet. Als Faust unter der Erde liegt, scheint wieder nachmittags. Wagner sitzt in der Tür und ist traurig. Kommt Faust Sohn zu ihm. Wagner sagt er, wir sind dann weg. Du kannst alles haben, was Faust gehört hat. Was heißt das, ihr seid weg? Am Baum sieht er Helena, Faust schöne Frau stehen. Faust Sohn geht zu ihr. Wagner nimmt ihn an der Hand. Dann sind sie plötzlich weg. Wagner ist jetzt allein auf der Welt. Das ein er hat. Das ist ein Vielen Dank.